So, weiter geht's hier mit unserem E39. Jetzt wollen wir uns mal den Kabelbaum an der Heckklappe anschauen. Dafür gibt es hier so einen Reparatur-Kabelbaum, den haben wir jetzt ein bisschen angepasst. Und ganz wichtig bei solchen Arbeiten, erstmal die Batterie abklemmen und hier war schon jemand dran. Aber das schneiden wir erstmal alles ab und gehen dann in die Bigerung rein und machen das dann ins Zwischenstück komplett neu. Wir haben jetzt hier einen elastischen Kabelbaum mit einer Silikon-verstärkten Hülle. Das sollte auch die Bigerung dann besser aushalten. Das Ganze wird jetzt hier abisoliert und dann verkrimmt. Jetzt haben wir das Ganze hier neu verkabelt, schön zusammengelötet. Die Dichtung ist jetzt hier hinten neu reingekommen und jetzt wird das Ganze noch mal hier mit Gewebeband ein bisschen ummantelt. Wenn wir das haben, können wir das Ganze wieder schön oben einsetzen. So genau hier an die Heckstelle kommt das hier schön wieder rein. Jetzt spülen wir das hier nochmal ein bisschen ein. Wenn wir die Likon spüren, dann geht das hier besser rein. Jetzt können wir das Ganze schön wieder eindrücken und dann endet das wieder dicht. So und jetzt schaut es auch wieder aus wie neu. So jetzt drücken wir uns hier vorne nochmal den Scheinwerfern. Man sieht hier einfach mal den Unterschied. Altersbedingt nach 15 Jahren ist das Glas einfach schon sehr sehr mitgenommen und mit diesen neuen Gläsern, mit diesen neuen Scheinwerfern haben wir auch wieder mehr Lichtausbeute und sieht einfach wieder cooler aus. Übrigens, wer nicht den kompletten Scheinwerfern vertauschen muss, kann auch aus dem Zubehör einfach nur die Gläser austauschen. Ist dann dann auch deutlich günstiger, liegen so bei ca. 100 Euro. Wenn man das vorne gelöst hat und alle Kabel gelöst hat, ach schön nach vorne. So, jetzt müssen wir hier noch das Vorschaltgerät remontieren und auf den neuen Scheinwerfern übertragen. Und dann können wir schon die neuen Scheinwerfern einbauen, weil da alles mit dabei ist. Das ist jetzt eigentlich schon wieder. So, schaut wieder ganz gut aus. Jetzt kommen wir mal an den zweiten hier rein. Ich glaube der Unterschied ist schon deutlich zu sehen. Und ich freue mich schon gleich aufs Gesamtergebnis, wenn wir jetzt beide neue Gründe haben und die Batterie wieder angeschlossen haben. Wir haben auch schon die Standlichtringe, die allogenen LEDs gesetzt. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das angeschlossen ausschaut. Jetzt haben wir die ersten, sag ich mal, Schönheitssachen, die wir verbauen wollen. Original hat er auch an dieser großen Dumbo-Ohren und die tauschen wir jetzt gegen schöne M5-Spiegel aus. Geht relativ easy. Dazu müssen wir die Türverkleidung lösen, mit zwei Schrauben befestigt und dann den Spiegel demontieren. Der ist mit drei Schrauben befestigt. Ja, und dann brauchen wir die Schüllen-Babyside. Die Türverkleidung. So, ich habe jetzt nochmal die Türverkleidung hier gelöst. Die Spiegel ist mit drei Schrauben hier befestigt. Hier habe ich schon mal die Stecker gelöst. Jetzt können wir die letzte Schraube lösen. So, jetzt haben wir den Spiegel hier ausgebaut und jetzt freue ich mich schon auf den neuen. Das wird ein kleines Highlight. Das sieht genauso aus. Mal schauen, wie das mit den Dichtungen hier ausschaut. Wenn wir vom alten Spiegel den Dichtrahmen übernehmen. Der ist nämlich hängen geblieben. Den müssen wir übernehmen. So, folgendes Problem. Schaut super aus, alles gut. Aber genau für die Zeit löst sich bei den E39 Modellen der Kleber. Das heißt, die Dichtung hier funktioniert nicht mehr, hat keine Wirkung. Kann man das gut sehen. Das hat sich hier alles gelöst. Und die Folge ist, das Wasser sammelt sich im unteren Bereich der Türpappe. Schaut mal hier. Richtig eklig. Schon echt weggegammelt. Es ist hier echt nass und zum Teil schon mit Schimmel befallen. Das Ganze werden wir jetzt reinigen und dann gut trocknen. Und wenn das getrocknet ist, dann werden wir hier die ganzen Dichtungen erneuern. Und ja, dann ist das auch behoben. Das merkt ihr übrigens daran, dass der Wagen von innen beschlägt. Meistens auch im hinteren Bereich. Gerade wenn es jetzt etwas kälter ist, ist mir das auch aufgefallen. Ja, das wird jetzt richtig getrocknet und dann bauen wir das wieder zusammen. Vielleicht so? Ich darf was wie in diesem JP-Video. Ich darf was wie in diesem JP-Video. Pass auf, dann auf der Uhr. Hast du das aufgemacht vorher? Dann schnell. Mach die Schraube wieder rein. Schnell die Schraube wieder rein. Alter, du darfst doch nicht so weit. Und wir lachen noch über das JP-Video. Richtig geil. Da war ein bisschen Pferde mit dem...